hey leute und willkommen zu einem neuen video heute wollte ich ein bisschen bad wars mit den lieben super paul und mit den lieben kobold spielen warum geht es dir schlecht warum geht es dir gut er kommt stadtrunde ja alles dieser views geräusche kommt gut ich hab grad chips gegessen jetzt kann ich keine blut ja ich hab noch Chips hier liegen nur sind die halt leider leer meine sind noch nicht leer und ich hab noch Cola aber ich ja meine sind halt schon leer weil ich ein verfressener ich bin ich bin ja meine habe ich gestern gekauft er hatte ja ich hab die keine ahnung heute gekauft die junge vor einer stunde oder so keine ahnung ich weiß nicht mehr verfressen müsste ich sagen oh Junge ja dieses spaßbett nicht ein ne kann ich mit anders machen aber ich habe hier einfach kommt man denn dann ernst heute sehr einfach oh da hab ich dich fast überholt komm wir gehen grünen pushen ey das ist so ich kann einfach keine views man kann auch manchmal kann man halt auch keine views wenn seine finger fett macht der ja der fliegt runter und der andere springt einfach runter was mit welchen mit mit was für leuten spiele ich hier der brotgetürt die zählte stellen es ist ja so ist vor Ort er er kann Maxi bis jetzt mehr die die und ich hab den okay Maxi ist ja jetzt gelaufen wird sie nicht so ist gesetzt das Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Ich will doch einfach... Wenn mir läuft das! Oh, komm, komm! Gib mir den Koppel! Och, Maxi, jetzt geh doch mal rein! Ja! Jawohl! Was machst du? Oh! Ich kann... Ich wollte da blocking place und da geht meine Views nicht! Ja, ich hab jetzt... Ich hab einen Extro! Hä? Unser Piss war weg! Ja! Start mal nix ohne! Ach so! Das Team... Team Rot! Okay, Blau! Okay, Rot! Okay, Blau! Ich hab... Ich hab... Bitte auf, ich hab... Ich hab... ... ... ... ... ... ... ... ... Ach man! Ich bekomm so wenig! Ja! Nicht für mich! Ja, doch, für dich ist es am schönsten! Ah! Komm, lässt es heißen! Ja! Ja! Ich hoffe, diese Runde wird gut! Scheiße! Ach, schaff ich gewandt! Junge! Digga, Maxi! Digga, Kobold! Komm, rich! Ich bin größer! Ich bin größer als... Ähm, sieht ein bisschen falsch aus! Nein! Digga! Digga! Was macht ihr? hier das war ja ich wollte Paul in Zweit kicken, aber dann bin ich in Zweit gefallen ach man mach deine Maus leiser ne doch nein doch Paul Bridge durch mach der ja auch ein guter, dass er auf K ja ok das ist ja nichts anderes, dass er auf K ist ah Geld nudelt uns grad durch ne ja und ich nudelt grad rot durch noo was ist wo 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 ja das ist mein Paul ah ne er kriegt hab ihn ha das war mein Kill ha 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 jach man digger ach man digger Paul lass ihn doch um self car weil er vielleicht was wichtiges machen muss ja das musst du aber dann rausschneiden spaß was für ich schneiden meine Videos nicht äh nicht als ob nicht ne zum Anfang muss man auch nicht rot rot zwei Emirates deiner ist schon mal runter gefallen rotes Team ist fast eliminiert eliminiert ich komme nur noch seitdem ja ja ah da ist der rote oh hi moin rot soo ich hoffe es ist meine ich komme noch mehr ich komme ich komme ich komme die 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 das auf gelb gehen das ist safe kacke 4 4 ich gehe auf gelb wer kommt mit kommt wer mit nein ich komme nicht mit ok oh aber er kommt zu uns oh Render Distance ich muss die EP wegmachen meine Render Distance war voll hoch Digga Digga wie laut bist du wie laut bin ich du bist laut 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 jetzt sind wir am Arsch rum hä Digga meine Render Distance war die ganze Zeit auf 22 erst mal auf 6 gestellt Digga rum voll laut Digga stell dich mal leiser was hab ich denn gemacht Digga 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 Junge bitte das ist ja ekelhaft Digga du bist mies laut das vermittelt ja aber ich kann da nichts für Digga von von warst du nicht so laut so jetzt bin ich ein bisschen leiser oder dropping jetzt hast du sich 2 ja ja passt passt aber jetztverste still hole ich genau du GORDON bin ich jetzt oh ha hä hä ich höre mich nur voll geil hä ich höre mich ich höre mich auch voll geil an ach shit meine bildschimmaufnahmequelle gemacht so leute jetzt sieht er wieder den stream ja ich habe mich runter gehauen was sollte das was das da wollte ich mich gerade runter bauen oder was nee stimmt doch gar nicht gelb hat doch noch ein bett warum gehen wir da nicht einfach hin da hat sich so erschrocken er hat sich einfach so in die hose gepinkelt paul laufen bitte nicht ins gesicht das bett ab und ich lenke sie ab ach so schade ich dachte dass unser mädchen maxi weil ich wollte in die fresse rennen du husten saft ich darf die schlimmen sagen wenn du machst du husten saft nadegas macht er denn hätte ich schneebälle wäre das sehr cool schneebälle ja das müssen wir dann skyroo spielen grün hat ein bett also was haben die viele base ja grün ja ich weiß das ist ja grün ist in der schade habe ich drauf geklickt ne weiß ich hab das habe ich nein ich spiel doch gerade mit der kane wenn ich die fallen lasse gibt die klicks ja ich krieg zps wenn ich auf meinen tisch schlag mit der maus ich bin nicht gut ich gehe kurz pissen auch mal du sollst du nicht auf karte gehen ja wenn Paulus saft ob ich das jetzt ich auch nee weißt du ich war doch nicht auf dem Klo ja aber du warst auf karte ja war ich jetzt auch kurz ich bin kurz auf um eine dpi werden höher gestellt so wenig eisen bekommt wo muss man das in der ender chest aber die ender chest ist so weit von dem Job das nervt ja ich werde gar nicht weggehen dass ich das nicht schaffe Paul mach Paul Bridge gleich aber ich will dafür Abuse machen ja aber du musst Paul Bridge machen komm mach zeig den Leuten dein Paul Bridge gib dein bestes warte gleich ich muss zwölf zu pass bekommen ja Junge so gut dann äh Paul macht jetzt Power Bridge komm Paul aus oh ii dann mach doch mit Butterfly mit den zwei Fingern ja ich weiß was Butterfly ist ok ich probiere ja Paul Bridge unser Mate schützt ja die ganze Zeit im Ding Spawner du auch nö ich nicht mehr ah nee das war doch kein Paul Bridge ah nee das war doch kein Paul Bridge Paul Bridge ist das Leute Leute Paul Bridge ist das oh nein runterfallen ist Paul Bridge ich hab's gesehen Paul Bridge ist die ganze Zeit so so ein Anti-Team-Mate ja ich weiß der von vorher sei auch ein Anti-Team-Mate oh vor allem hier kann man nicht reporten es ist man kann reporten es ist wirklich nicht ich will zur Kiste ich mach Paul Bridge macht dich auch oh mein Gott das Blau Kacke ich kann jetzt schon mal sagen Blau ist der schlechteste spieler blau ist ein richtiger Hustensaft komm wir gehen zu grün ah ja 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 hast du blau ist ein richtiger Hustensaft dass ich komm mit safety oh Maxim Fast Bridgen hab ich gehört habt ich kann auch hoplisch Oh mein Gott, Digga! Ich hab das Bett. Man kann slash Support machen. Was bringt das? Was bringt das? Das ist Report. Support. Support, nicht Report. Ich mag die Reporten zu hohe CPS. Ja, und wenn nicht dann? Arcel, ich kann jetzt hohe CPS. Mich kannst du auch reporten. Ich kann einfach mit Meteor einen neuen Account erstellen und dann kann ich je wieder drauf. Das ist unfair. Kann ich aber machen. Ich kann auf jedem Server, wo ich gebannt bin, mit Meteor mit einem neuen Accounts drauf, den ich nicht zahlen muss. Der ist dir Rüstung. Oder ich ändere einfach meine IP. Wenn ich IP-Batt bin. Ja! Da ist noch einer. Hier ist noch einer. Komm mal. Tschüss! Das ist... Junge, euer Butt... Ey! Pauls Abuse hört sich genauso an wie Kobolds Butterfly. Weil ich gerade dieses nicht lange IP-Ibos mache. Ja, Short-Ibos. Paul Short-Ibos fertig vor allem. Ach, Digga, ich bin halt im Kreis gelaufen. Komm wieder zu, gell? Ich will das nicht mehr, Digga. Ah, nee! Da war's hier drin. Ich hab da Maxi eingebaut. Schau. Schon mal, schon mal. Schon mal. Schon mal da, ja. Schau. Nicht mehr! Ah! Warte. Ey, Paul. Komm mal her. Warte mal. Warte mal. Warte. Ich komm jetzt. Warte. Oh. Digga, du sports einfach hinter mir. Ey! Ey, Paul? Ja? Kannst du dich mal hier dran stellen? Warte. Hier. Okay, nein. Da. Die Mitte. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit hier so. Du Kleider. Du bist so ein Fiesling. Ja, ich weiß. Du bist ein richtiger Hustensaftbetreiber. Du, du, du. Hustensaft. Ich hab Paul einfach. Maxi. Ich renne zu rot. Maxi, ich kann irgendwas, was du grad nicht kannst. Und was kannst du? Schau mal. Jungs, ich renne zu rot. Äh. Oh, ich kann es so. Wett weg. Äh. Digga, mach. Äh. 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 Ach, Junge, das funktioniert nicht. Ne, es geht hier auch nicht. Klar geht Feierwaldschirm nicht. Digga, imagine. Man macht Axt. PvP. Paul. Geh mir auf. Äh. 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 Paul, warum soll es nicht noch? Oh, na, na, na. Saka! Mögt ihr Anna was? Geht auch nicht. Bro! Ich hab die Holz-Challenge. Ich hab mir 32 Holz gekauft. Äh, ja. Baue ich so lange. Ich hab das Wett. Ich hab das Wett. Ich hab das Wett. Und ich hab alle. Nee, du hast nicht alle. Ich werd grad fassen. Das wollen gelaufen. Digga, die Aufnahme ist nicht. Ähm. Ähm. Digga, ihr müsst euch. Wollen wir uns nachher alles zusammen angucken? Äh. Ja, schick. Jo, nein. Nachher, wenn die vorbei ist. Die Aufnahme. Ja, safe. Was machen? Oh, lass, lass nur noch diese Runde, weil... Äh. Geht schon 21 Minuten. Bis dann zur Nacht. Tschüss! Ja, ich weiß. Tschüss, Digga. Wer hat denn gerade gehackt? Ha? Na, da ist grad jemand an mich vorbeigeflogen. Was ist, wenn ich jetzt sage, dass ich mit Meteor-Client auf dem Server bin? Ha? Alle Zuschauer, Kobalt hast kein Meteor-Client. Du hast kein Meteor-Client. Du hast kein Meteor-Client. Nein, doch hab ich. Haha, jetzt wissen's alle. Du bist ein Hacker. Ist er doch auch? Ja, ist mir eigentlich egal, wenn man weiß, dass ich Hacker will. Aus, Schitz. Ich mach ja nix Schlimmes. Doch, hacken. Ja, hacken ist ja nicht schlimm. Doch, hacken ist schlimm. Aber es ist halt nicht verbunden. Was? Jeder kann hacken. Mit hier aus einem Free-Cheat, den man sich runterladen kann. Hä? Wo ist mein Schwer, wo man auch Addons dazu machen kann. Da war. Also von daher. Jeder kann's machen. Oder man nimmt einfach Burst-Client und Vater-Client. Nee. Oder man macht halt einfach Butterfly und es gut. Ja, oder langweilig spielen, wie Max hier grad gesagt hat, ja. Was willst du? Ich geb dir doch alles hier. Oh, nee, die, die behalte ich. Die Emirates behalte ich. Wo seid ihr? Wo seid ihr überhaupt? Ich hab 15 Emirates. Hä? Was passiert mit mir? Junge. Ey, warte. Warte. Warte, warte, ich glaub dir die kurz aus dem Moment haben mit Meteor-Client. Ah. Soll ich machen? Ja, kannst du... Hä? Ja, sicher. Was ist das? Was? Ich kann mich nicht kontrollieren, wenn mir geht mein Minecraft-Dag ist. Also, ich mach nicht so nett. Ich geh... Keine Ahnung. Es drücken sich welche Knöpfen von selbst. Vielleicht liegt das an deiner Tastatur. Nein, du hast getrapped. Du hast getrapped. Ähm. Wie da? Wie... Hä? Wie bist du da rausgekommen? Oh nein, ich weiß, wie... Du kannst es nachher in der Aufnahme sehen. Mhm. Ich weiß ja, Bobby. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Paul! Ich seh dich! Hier! Hier, Paul! Und wenn bei mir was aus dem Inventar rausfällt, dann ist irgendwas... Keine Ahnung. Oh, Scheiß! Hey! Imagine, Digga! Imagine, man ist blau und spielt Bogen, Digga! 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 ich mache mich zu einer habe ich noch bekommen ja noch nicht gehen ja weil du ein krasser spieler bist okay das war's mit daumen ja das ist ja noch wie das jetzt ein abo da oder ich komme und euer bett und wenn euer handy nicht ins klo fällen fallen sollte das ein like und abo da sonst seid ihr husten saft und wenn ihr nicht kommentiert dann dann komme ich zu euch und das bett und dann ich spiege euch schon spiele ich spiele ich never give spiele ich rick astley ab eric wollt euch schon mit ja oder es ist ja am besten kommend like und abo da mein bildschirm war grad black screen und bis zum nächsten mal ciao